Das hier ist das sechste Video der siebenteiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von 7 vs. World Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Nova. Und bevor es losgeht, entschuldigt bitte die schlechte Audioqualität. Uns ist leider eine Datei kaputt gegangen, weswegen wir mit dieser Qualität Vorlieb nehmen müssen. Der Drop-Off war in dieser Staffel deutlich extremer. Erzähl uns bitte, wie der Tag für dich abgelaufen ist und wie du ihn wahrgenommen hast. Ja, sehr durchwachsen. Also wir sind ja angekommen bzw. mit dem Flugzeug hier auf die Insel geflogen. Und dann wurde uns ja auch beim Start sozusagen gesagt, ja, hat jemand irgendwie Seekrankheit, sonst irgendwie will ich mal die Seekrankheit weiter nehmen. Da war für uns halt schon klar, natürlich als Teilnehmer hat man die Superfeel irgendwie so schon probiert rauszufinden, okay, weil wir wussten ja gar nichts. Und dann haben wir aber ein bisschen gedacht so, okay, vielleicht Helikopter vielleicht so und dann durch die Seekrankheit waren wir halt so, ja, okay, es ist wie Staffel 1, wir fahren mit dem Boot raus, jeder zieht sich nackt aus, packt seine Sache im Drybag und dann jalla abfahrt so. Ja, und dann kommen wir nach einem Flugzeug, dann stehen ja drei Helikopter und dann wird los. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr große Überraschung und keiner wusste halt auch irgendwie so richtig so, was jetzt genau passiert. Und dann wurden wir eingeteilt, sind hochgeflogen und ab da war man irgendwie einfach voll in dem Film drin. Also man ist über die ganze Insel geflogen, unter allem so diese komplette grüne Hölle, so das war, das war richtig krass. Und dann dieser, also das Adrenalin, ich meine, wirklich mein Herz ging auch so richtig klopfend, als es dann hieß, ja, Kinova spring jetzt raus. Das war echt richtig krass und besonders, wir hatten ja unsere kompletten Klamotten an. Also ich hatte Handschuhe an, meine Wanderstiefel, ich war komplett bekleidet, ich hatte noch meine Regenjacke unterm Arm und meinen Boot. So, und an der anderen hat noch eine GoPro, so für die schönen Aufnahmen dann auch noch. Und ja, bin da halt reingesprungen, halt, ich wusste halt gar nicht, was mich erwartet. Ich habe auch das eingeschätzt, dass ich so ganz andere Probleme haben werde vor Ort. Also beispielsweise Wassergewinnung, da habe ich mir übelst den Kopf drüber gemacht und so, ja, eventuell Salzwasser destillieren, Plastikflaschen sammeln, sonst irgendwie was. So Kokosnusswasser, ich hatte mein Wasserbild da ja auch dabei. Ja, und das war gar kein Problem. Also das, ich hatte durchführlicherweise eine Süßwasserquelle, aber es war super spannend, weil einfach manche Probleme waren, über die man sich gar nicht Gedanken gemacht hat. Und dann andere Probleme, die man als so fast schon gelöst irgendwie erachtet, so, die waren halt ein richtiger Struggle. Was wäre ein Beispiel für so ein Problem oder was war dein größtes Problem in den Tagen? Also für mich persönlich das größte Problem, Isolation 100%. Also das hätte ich nie so erwartet, dass einen das so sehr mitnimmt und dass einen das so, also mich besonders als Mensch, was jetzt vielleicht, wenn ich das so rückwirkend betrachte, auch vielleicht Sinn ergibt. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich meine, ich mache Streamerin, also ich so, wenn man mir halt diese Komponente nimmt und auch so, ich bin ein super familiärer Mensch, also mir ist meine Familie richtig, richtig so, ich habe mit denen jeden Tag Kontakt und auch meine Freunde, meine Liebsten, so, das sind alles Menschen, mit denen ich immer im Austausch bin. Und das ist so ein Beispiel dessen, dass ich nicht erwartet hätte, dass vier Tage ohne menschlicher Kontakt, dass mich das so an mein Limit bringt, dass ich wirklich, also dass es nicht mehr ging, dass es wirklich so schlimm war, dass ich so wirklich Panikattacken bekommen habe und das hätte ich nicht. Ich hätte mit so vielen anderen Dingen gerechnet, mit Krokodilen, Schlangen, Spinnen, sonst irgendwie was. Aber das ist dann im Endeffekt einfach leider, was ein banaler Fakt ist, dass ich mit Isolation, dass mir das viel zu fehl war, hätte ich auch nicht gedacht. So muss man das erstmal erfahren und das dann so als, ja. Du hast gerade eben schon angedeutet, verrückte Dinge gefunden zu haben. Was war so das Verrückteste, was du gefunden hast? Ja, das war, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ein Säugetierknochen, der noch Fleisch obendran hatte und der Knochen unten so rausgeguckt hat und der Knochen war schon so richtig wabbelig, weil das schon so lange im Meer war und das war so ziemlich widerlich, weil ich mir nicht gedacht habe, so, es war auch ein echt großer Durchmesser. Also es muss, ich weiß nicht, was das gewesen ist, also es muss irgendein großes Säugetier sein, was da anscheinend irgendwie von irgendeinem Meeresbewohner vergnussfertigt wurde. Also es war schon teilweise echt sehr widerlich. Ich habe Flipflops in allen Koks, auch ultra viel gefunden, in allen möglichen Sorten. Autositze, Drucker, ich habe einen Drucker gefunden, all den Einzelteilen, wo ich dann einen Teil auf der rechten Seite oder einen Teil auf der linken Seite gefunden habe. Also wirklich ganz folgt, auch teilweise so aus so Schaumstoff, so Zeichen, die die Kinder an der Grundschule machen. Das war dann irgendwie so ein spanischer Name, ich weiß es nicht mehr genau, ich kann es nicht genau lesen, weil mir so etwas abgeblättert war, so eine Polizei, so ein Sheriff-Ding oder so, also so Kindersachen halt. Und ich habe einen Fußballer gefunden. Wie ist es für dich jetzt wieder in der Zivilisation zu sein? Freust du dich? Bist du wehmütig abgebrochen zu haben? Wie geht es dir allgemein mit der Entscheidung? Also der Moment, an dem ich so für mich selbst entschieden habe, so ich drücke den Knopf jetzt, ich kann nicht mehr. Ich war richtig hart und ich habe da auch klar geweint, weil ich so erleichtert war, aber andererseits auch einfach war ich auch so enttäuscht irgendwie von mir selbst. Und war so, das ist doch jetzt nicht wahr. Und ich wollte halt diese sieben Tage so krass durchziehen und war, für mich war das richtig schwer. Und ich war teilweise auch super enttäuscht von mir selbst, super sauer, aber habe halt auch einfach realisiert, so das geht nicht mehr. So, ich musste jetzt abbrechen und das war richtig schlimm, war wirklich ein Hin und Her. Aber ich bin umso dankbarer jetzt wieder, also ich meine, ich bin keine Survival-Kurie, so das ist nicht mein Content. Und ich habe mich trotzdem der Aufgabe gestellt und ich habe es trotzdem gemacht und klar, ich bin jetzt nur zum vierten Tag gekommen, aber ich glaube dafür muss ich mich jetzt selber nicht irgendwie strafen oder da jetzt irgendwie sauer auf mich sein. So, ich habe es versucht, so und da halt jeder hat auch andere Grenzen, so, da war meine und genau und ich bin so dankbar wieder, dass die Situation zu sein. Ich schätze auch teilweise Sachen irgendwie wert, die für ein für ein Normalität sind, so eine Dusche. Das war so schön eben zu duschen, das war, ich habe davon geträumt, dass ich duschen gehen darf. Also solche Sachen, so Kleinigkeiten einfach, die man einfach wertschätzt und für mich auch nochmal so, dass ich auch so dankbar bin, dass ich so ein liebes Umfeld habe, das ich so gerne mag und die auch so mit mir gefiebert haben und so und ja, und dass ich nie wieder im Leben so lange resoniert sein möchte. An Tag drei hat es ja angefangen, richtig stark zu gewittern. Wie war das für dich, so etwas ohne Schutz zum ersten Mal hautnah mitzuerleben? Also das Unwitter an Tag drei war auch für uns Teilnehmer richtig krass. Ich weiß nicht, wie es die anderen ist, aber ich denke, ich war auch so geschockt, so wie ihr, wie auch ich es war. Das war wirklich sehr gruselig, besonders so, man kennt ja so Tropenstürme und sowas irgendwie vom Möhrenseen. Aber sowas mal selber mitzuerleben, dass halt so ein krasses Gewitter mal ist und man halt eigentlich ausgeliefert ist. Bei mir halt auch noch in Kombination dann, dass ich ja am Strand war, ganz oben, und dass halt die Ebbe, beziehungsweise die Flut angestiegen ist, anstatt den Tagen davor, weswegen halt auch mein ganzes Shelter zusammengekracht ist über mir, als ich geschlafen habe und sowas. Das war schon, also da hatte ich schon echt Angst, ich lag wirklich in meinem Biwaksack so und habe immer so ein bisschen rausgeluschert und dachte, die Welt geht unter. Also das war schon echt nicht ein schönes Gefühl, so die Naturgewalten so ausgesetzt zu sein. Ich habe mir da echt einfach mal gewünscht, ein Haus zu haben oder ein Dach. Was nimmst du Positives für dich aus dem Projekt mit? Also in den vier Tagen habe ich für mich auf jeden Fall gelernt oder so mitgenommen, dass ich sowas machen kann und dass ich die Challenge halt auch angenommen habe. Und das war für mich schon mal so ein krasses Learning, einfach so diesen Mut zu haben, Sachen zu tun und halt auch der Grund, wie gesagt, meines Ausstiegs, dass ich halt ein unendlich sozialer Mensch bin und dass ich das einfach für mein Leben auch einfach brauche und dass, wenn mir das fehlt, dass ich so nicht existieren kann. Und ich möchte nie wieder in meinem Leben vier Tage isoliert sein. Das habe ich auch mitgenommen. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich bin über mich rausgewachsen und auch wenn für andere die Grenzen woanders liegt, lag da meine. Und ich habe sie halt trotzdem bis dahin ausgereizt. Ich glaube, das ist es. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung wünschen oder sogar empfehlen? Empfehlen würde ich das tendenziell, glaube ich, niemandem, wenn ich ehrlich bin. Bestimmt gibt es Menschen da draußen, die jetzt auch schon sagen so, ja, also ich hätte das aber anders gemacht und ich hätte sieben Tage absolut durchgehalten und bla 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 und die Blonde schwingt so sie bla bla bla. Aber um ehrlich zu sein, also ich glaube, niemand ist sich bewusst, wie krass das war. Und auch wenn man so die erste Staffel geschaut hat und das jetzt so von außen mitbekommt, da wirklich vor Ort zu sein. Und man sieht ja auch selbst in der Ausstattung immer nur kurze Momente, aber vier, also bei mir vier Tage komplett, so sitzt da mein Entertainment-Fan High. Ein High. Ich habe mir gedacht, krass, das ist mein Abend-Entertainment. Ein High, der von A nach B schwimmt. Also es war wirklich eine unglaublich krasse Erfahrung. Wenn ihr richtig geisteskrank seid, dann macht das. So haut rein. Aber ich persönlich muss sagen, ich halte eigentlich schon viel aus. Ja, aber es war toll, war spannend, aber so eine Empfehlung würde ich jetzt nicht aussprechen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch für deine Leistung und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Danke euch. Endlich in den verdienten Feierabend. Endlich in den verdienten Feierabend. Untertitelung des ZDF, 2020